heute kümmern wir uns mal um ein problemchen was ich immer mal wieder habe bzw etwas was ich gerne hätte und zwar habt ihr gesehen ich fummel auch ab und zu mal an geräten rum wo ich eigentlich meine patsche händchen nicht rein machen sollte nämlich welche mit netzspannung prinzipiell ist das in vielen fällen kein problem stecker raus elkos natürlich ein bisschen aufpassen die können weiterhin natürlich eine spannung halten aber dann ist man halbwegs sicher wenn das ding halt keinen saft mehr hat die sache ist ab und zu muss ich auch an geräten mal was messen und dazu muss ich die in betrieb nehmen das heißt ich habe dann auf meinem schreibtisch 230 volt das ist nicht gut ich habe dann schon ein paar geräte die da aushelfen zum einen trenntrafo zum anderen auch ein stelltrafo damit kann ich schon mal ein bisschen was machen natürlich alles hinterher noch abgesichert das geht soweit allerdings eins fehlt mir und zwar naja wie schalte ich sinnvoll an und aus die geräte die ich testen möchte das erste was einem da natürlich in sinn kommen könnte sind steckerleisten mit schalter ist eine einfache sache funktioniert ganz gut hat auch den schönen vorteil dass man im schalter sieht ob es an oder aus ist allerdings hat es auch einen nachteil so 100 prozent sicher würde ich mir bei diesen steckdosenleisten nicht sein wir sind schon welche begegnet die schalten wir einpolig ab das ist ein bisschen uncool denn gerade bei deutschen steckern werden wir hier in deutschland üblicherweise schuko und schuko hat leider die angewohnheit dass man ihn in beide richtungen einstecken kann das heißt man weiß nie wo jetzt phase und neutralleiter ist ist bei mir jetzt nicht ganz so ein großes problem wie gesagt getrenntes netz da ist beides gegen erde nicht wirklich relevant aber schön ist das nicht ein drittes problem naja was wenn was schief geht sagen wir mal ich bin am messen merke irgendwas geht schief was nur ich muss meine mess spitzen weg legen muss meine hand holen und muss den schalter drücken das ist aufwendig das musste auch besser gehen und das ist so meine to do für heute was ich nämlich noch in meiner kiste gefunden habe ist das hier das ist so ein typischer relativ einfach zu bekommender fußschalter und er schaltet halt wie man unschweren namen erkennen kann mit dem fuß klingt schon mal gut auch wenn das kabel ein bisschen kurz ist die specks hier von dem ding wenn wir hinten gucken typ fs 1 10 ampere 250 volt wir haben sowohl ein normal die closed also normal die open das könnten wir jetzt holen und könnten den einfach mit in die leitung rein machen das heißt also nur solange ich gedrückt halte mit dem fuß aktiv bleibt der strom an sobald ich loslasse geht der strom aus hat dann aber immer noch den nachteil dass das nur einpolig wäre und so hundertprozentig gefällt mir das noch nicht deswegen war meine idee kommen wir gucken mal ob man noch ein relais dabei machen können eventuell eine anzeige oder so und das ist auch jetzt ein schöner moment um den üblichen disclaimer einzuschieben das ding hier hat wir eventuell seht kein stecker dran also das zählt nicht als fertiggerät wir arbeiten hier mit netzspannung und netzspannung kann gegebenenfalls tödlich senden das heißt also wenn er nicht wisst was er tut lasst bitte die finger davon das was ich hier zeige das ist nur für mich das ding ist nicht dauerhaft in betrieb nur unter aufsicht in betrieb ist weggeschlossen da kommt sonst keiner dran und entsprechend gehe ich für mich das risiko ein diese schaltung am ende dann gegebenenfalls zu benutzen oder auch zusammenzubauen dennoch das hier das ist nur um zu zeigen wie ich jetzt was gebaut habe das ist keinesfalls zum nachmachen solange ihr nicht irgendwie eine ausbildung oder ähnliches habt um die gefahren einschätzen zu können lasst bitte die finger davon und achtet auf jeden fall auch in die kommentare unten ich gehe sehr stark davon aus da wird es viele leute geben die dinge besser wissen als ich und dann vorschläge machen wie sowas sinnvoller funktioniert gucken wir doch einfach mal was hier in meiner restekiste mit relais drin ist vielleicht ist da irgendwas zu finden wer hat den wortwitz verstanden schön wäre natürlich ein relais mit 230 volt spule dann muss kein extra netz da noch rein machen das hier ist eine 230 volt ac spule die würde also funktionieren und der hier hat sogar vier umschalter gucken ob wir uns das irgendwie zu nutze machen können da wären jetzt ein paar 230 volt lampen interessant den muss man natürlich auch noch irgendwo unterbringen nehmen wir zum beispiel sowas hier das ist ein kleiner verteiler dinge ist nur ein plastikbomber aber sieht halbwegs stabil aus hat sogar ein schönes türchen und fenster vorne und wir sehen der ist jetzt für ein te also eine teileinheit eine normale sicherungsbreite hier in deutschland ich weiß nicht wie weit verbreitet ist wir können aber noch zwei freimachen dummerweise habe ich das dumpfe gefühl dass da nur das relais reinpasst mit dem sockel das ist nicht so schön also ich werde auf jeden fall mal gucken ob ich vielleicht noch eine größere box finde wo ich dann neben hier dem noch eine sicherung rein bekomme und so so oder so prototyp brauchen wir mal um zu gucken ob es überhaupt klappt also zerlegen wir erst mal den schalter denn das kabel ist mir wie gesagt doch sehr zu klein im inneren nicht viel zu sehen wir haben einfach so normalen mikroschalter und das kabel ist normalerweise angelötet ok ich wollte gerade schon sagen wir haben sie denen festbekommen aber hier ist ein L-winkel das heißt wir können einfach den rausnehmen und dann kommen wir da auch überall dran hier unten ist noch eine zugentlastung jetzt müsste das alles sich hier zerlegen lassen für kabel werde ich hier einfach ein paar alte kaltgerätekabel nutzen das haben wir hier schön ist die beiden muss man ein bisschen aufpassen wenn man sowas nutzt die haben meistens unterschiedliche querschnitte und entsprechende strombelastbarkeit hier haben wir zum beispiel eins das ist dreimal 0,75 quadratmillimeter das ist ein relativ üblicher wert für aktuelle geräte weil wir einfach nichts mehr ziehen aber das sieht mir nach ein quadrat oder 1,5 quadrat millimeter aus das heißt das nehme ich mir auf jeden fall mal für die stromversorgung und das hier nehmen uns für den fußschalter einfach die stecker ab und dann werden wir das einfach recyceln hier das Relais was ich hier benutzen werde das ist ein 55 34 8 230 40 von Finder das ist definitiv nicht das Relais was hier optimal ist das hat ein paar nachteile in hier der anwendung aber die ganze bastelei hier ist in der kategorie besser als nix von daher passt schon das erste was wichtig ist die coil voltage also die spannung mit der wir das Relais ein und ausschalten können die ist hier 230 volt ac das ding kann also mit netzspannung arbeiten das heißt also wenn wir netzspannung auf die spule geben dann sieht entsprechend hier hinten der kontaktblock an und dieser kontaktblock der hat vier umschalter das heißt wir haben vier einzelne kontakte die wir hin und her schalten können zwischen zwei polen die kontaktbelastbarkeit dabei ist 7 ampere muss man ein bisschen aufpassen normale steckdose die ist ja 16 ampere kann man jetzt drüber diskutieren ob man das hier so benutzen darf oder nicht dazu kommen wir dann aber noch später prinzipiell hätten mir zwei gereicht aber vier ist auch okay drei kann ich benutzen eine bleibt offen und wie es ganz zusammengebaut werden soll das erkläre ich mal kurz und zwar ich gehe erst mal hin mit unserer phase und gehe unten auf den common zum beispiel und lassen hier oben wieder raus kommen wenn wir anziehen okay soweit ganz klar wenn wir also strom drauf geben schalten wir die phase durch und wir schalten ein quasi das was normaler lichtschalter macht was ich aber auch mache ist den neutral ebenfalls hier auf einen pin geben und auch den durchschalten das heißt also sowohl phase als auch neutral werden durchgeschaltet wenn wir die spule drauf geben wenn wir aber die spule nicht ansteuern sind beide getrennt das ist vor allem in deutschland relativ wichtig weil wir hier halt nach wie vor hauptsächlich schuko benutzen und die schuko stecker haben halt das wunderschöne problem dass man sie in beide richtungen reinstecken kann das heißt also wo phase und wo neutral weiter ist weiß man sowieso nicht und daher lieber zweipolig trennen die erde die wird natürlich direkt durch geschliffen die werden natürlich nicht ausgeschaltet so bleiben noch zwei stück ich sagte ja einen kann ich noch brauchen und zwar werde ich einen benutzen als indikator das heißt also ich werde noch mal irgendwas unten drauf geben und dann oben zwischen zwei zuständen hin und her wechseln um mir optisch noch mal anzuzeigen okay ist jetzt geöffnet ist jetzt geschlossen denn wir schalten ja hin und her das heißt wenn wir eine lampe an normally closed machen müsste der hier zum beispiel sein dann würde die leuchten wenn wir die spule nicht ansteuern sobald wir ansteuern springt da um die normally closed lampe geht aus und wenn wir eine andere normally opened haben würde die anfangen zu leuchten das wäre der ganze schaltspaß die spulenspannung kommt dann natürlich einmal vom netz über das schaltpedal dieses fußpedal hier drauf dann haben wir auch die sache schon mal gegessen so für die anzeige habe ich dann auch etwas und zwar die dinger habt ihr schon mal bei mir gesehen und zwar hier so ein wunderschönes ampeltürmchen rot für achtung ist geschlossen grün für ist offen ist nicht ideal besser wäre wahrscheinlich gewesen rot und orange weil auch offen ist halt immer noch eingesteckt ich meine theoretisch sollte keine verbindung da sein aber das hier ist kein sicherheitsrelais was hier zum beispiel nicht der fall ist ich gehe davon aus wenn ein kontakt verklebt können die restlichen trotzdem noch schalten das heißt also es könnte passieren in ganz ungünstigen fällen dass meine lampe auf grün bleibt und trotzdem der hier den strom anschaltet aber wie gesagt sehr sehr unwahrscheinliche fälle und für meine zwecke ist hier so normales geleder ausreichend gut eine sache haben wir noch und zwar thema wir hatten eben ja gelernt sieben ampere prinzipiell nicht ganz so ein großes problem wie gesagt weil ich benutze das ding hauptsächlich in meinem trendrafo der hat eine interne sicherung auf zwei ampere das heißt da sind wir hier wahrscheinlich weit genug weg allerdings naja mein trendrafo hat eine schuko steckdose eingebaut von daher werde ich hier auch in schuko stecker dran machen müssen das heißt theoretisch kann man es auch in die steckdose stecken und das ist eventuell ungünstig also sollte man gegebenenfalls noch ein bisschen mehr sichern wir wollen also unter 7 ampere kommen brauchen also noch mal eine sicherung und am einfachsten wäre das wenn man so einen üblichen sicherungsautomaten sich angelt und einbaut sache ist der hier 16 ampere typischer haushaltswerte heute meistens 16 oder 10 eher charakteristik l hier für lichtstrom das ist wohl sehr alter heutzutage hat man meistens b was damit zu tun hat gucken wir gleich der hier also viel zu groß und wäre heute glaube ich auch gar nicht mehr zulässig mit diesen schraub terminals heute muss das glaube ich berührgeschützt sein ich habe da mal ein bisschen rund geguckt was ich habe und ja nicht ganz so dolle aber habe da noch etwas gefunden und zwar den hier das ist ein chinesisches modell das heißt er hat zwar vorgeblich ce und die iic zertifizierungen allerdings fehlt ihm das vde zeichen aber sind realistisch das was ich hier baue hat so oder so keine wirkliche zulassung von daher verzichten wir mal auf diese wunderschönen zeichen wir gucken aber trotzdem nachher mal drauf ob das ding auch funktioniert ich gehe aber sehr stark davon aus sicherungsautomaten sind keine raketentechnik es gibt aber noch einen unterschied das hier ist ein leitungsschutzschalter hatte ich ja schon mal ein video gemacht das hier ist ein sogenannter rcbo das hier ist im prinzip der leitungsschutzschalter und ein fi oder rcd das heißt also wir haben nicht nur den eigentlichen schutz auf 16 ampere oder in jedem fall wie wir sehen 6 ampere sondern der hat auch noch gleichzeitig nennen fehler stromschutzschalter dabei der dann ausschaltet wenn irgendwo ströme abhanden kommen sage ich mal also zum beispiel nicht über phase rein und über neutrale leiter zurückgehen sondern zum beispiel irgendwie über erde gehen weil ein schluss zum gehäuse am gerät hinten dran ist das ist für mich wiederum nicht ganz so relevant weil trendrafo davor aber hey wenn man es in eine steckdose steckt könnte der hier durchaus helfen offiziell erlaubt ist es auch nicht aber dann wahrscheinlich wenn die anlage wo wir reinstecken sinnvoll gebaut ist und den aktuellen standards entspricht dann haben wir einen rcd hinter einem rcd und damit ist die selektivität nicht mehr gegeben das heißt es kann sein dass hier der auslöst aber gleichzeitig der davor oder der davor löst schneller aus als der hier sicherheitstechnisch sehe ich da jetzt erst mal kein problem weil irgendeiner von beiden löst aus und ich habe lieber einen zu viel der auslöst als einen zu wenig deswegen schöner bonus gut von den werten her hatte mir schon gesagt 6 ampere wobei das 6 ampere der haltestrom ist genauso hier ist die 16 ampere der haltestrom die sache ist aber die hält er ewig durch es gibt dann noch die charakteristik das ist hier c oder hier dann b heutzutage oder hier noch l die sagt wie schnell der magnetisch auslöst es gibt zwei auslöser hier drin einmal den magnetischen das heißt wenn ein massiver überstrom ist das heißt also zum beispiel ein satter kurzschluss oder sowas dann fällt das ding hier direkt wenn allerdings nur ein leichter überstrom da ist das heißt also sagen wir mal statt 6 sind irgendwie 7 8 ampere dann kann es durchaus sein dass so eine besicherung egal welche ein paar minuten noch weiter arbeitet bevor sie überhaupt auslöst weil einfach das bimetall da drin sich erst mal erhitzen muss und das dauert was hat den vorteil dass anlaufströme oder so nicht jedes mal dazu führen dass eine sicherung auslöst nachteil natürlich wir haben eine gewisse zeit lang einen größeren strom laufen heißt also theoretisch können wir mit der 6 ampere sicherung das 7 ampere theoretisch überlasten ist jetzt fraglich wie weit das relevant ist es ist wahrscheinlich eine überschaubare zeit die kontakte halten mehr aus und auch in echten installation ich sag mal so geht mal in den haushalt guckt mal nach ihr habt im sicherungskasten wahrscheinlich 16 ampere sicherungen naja jeder normale haushaltsübliche schalter hat ein schaltvermögen von 10 ampere das heißt also der dürfte dann auch im zweifelsfall theoretisch überlastet werden können jener situation ja es gibt die diskussion der lampe ist ja fest installiert die kann ja gar nicht so viel strom verbrauchen wer schon mal y adapter an y adapter in e 27 fassung gesehen hat weiß dass manche leute auf tolle ideen kommen das geht gut das ganze hier plus jede menge kabel plus ein stecker plus die lichtsäule hier machen wir dann mal zusammen und dann gucken wir uns das ding mal fertig an und so sieht das fertige ding dann aus wir haben alles drin haben wir oben unsere lichtsäule haben hier unseren rcd wir haben das und entsprechend dann die kabel die rausgehen wir haben hier einmal die zuleitung im sinne von einem schuko wie gesagt mein trendrafo hat leider nur eine schuko steckdose dann haben wir hier unten das fußpedal dran was das relais ein und ausschaltet temporär nur solange ich gedrückt halte und hier hinten ist der abgang da ist dann auch wieder eine schuko steckdose dran das ist alles nicht ideal aber es ist zumindest überall in zug entlast schutz mindestens ein bisschen drin wir haben überall das ding griff sicher also man kann nicht irgendwo hingreifen hat da plötzlich spannung hier ist überall mindestens irgendeine abdeckung dazwischen auch hier beim relais das guckt hier so ein bisschen raus ich habe da einfach mal mit dem 3d drucker gerade so eine kleine blende gedruckt dass man da nicht mit den fingern rein datschen kann wie sieht das ganze dann in betrieb aus naja gucken wir doch einfach mal nehmen uns mal hier den stecker und hauen den mal hier gerade eine steckdose rein und das ist jetzt schon mal nummer eins wo wir trennen können wir können stecker raus und rein machen nummer zwei ist der rcd der ist jetzt noch aus sobald wir den einschalten geht die grüne lampe an und uns zu signalisieren okay wir haben aktuell keinen strom nachweisen haben wir hier irgendwo ein gerät da der gerät wenn wir das hier rein stecken sehen wir kein bild entsprechend kein strom auf der steckdose es sind auch beide pole getrennt in dem fall hier und wenn wir jetzt hier den fußschalter drücken dann schaltet entsprechend das relais um macht einerseits neutralleiter und phase hier auf die steckdose den ausgang und schaltet das hier von grün das ist der normally closed auf rot normally open um können wir jetzt auch sehen und direkt abgerutscht aber ich denke ihr habt es gesehen und wir sehen auch das gerät hier geht jetzt an ganz normal ram 240 volt dieselbe wie am eingang ein bisschen verlust hier durchs relais wenn ein bisschen spannungsabfall auch immer produzieren aber ja hier so funktioniert das ganze und der vorteil ist halt wenn irgendetwas schief geht sagen wir mal ein kondensator explodiert mir vor der nase oder so ein spaß dann muss ich nicht mit den händen hier noch rumfummeln und versuchen die sicherung rauszumachen oder den stecker rauszuziehen sondern ich kann einfach mit meinen füßen auf seite gehen und dann ist das gerät hinten dran theoretisch getrennt wie gesagt besteht die theoretische möglichkeit dass dieses ding hier zuschweißt aber das sollte eigentlich nur bei kurzschlüssen oder so passieren und massiven überlastungen dass der wegschweißt und dann würde der hier greifen und entsprechend den strom so abschalten ich würde sagen wir gucken uns gerade noch die ja an wie gesagt mal drauf gucken wie schnell die auslöst ob sie richtig auslöst ob das alles in den richtigen bereichen ist und ja ich muss mal gucken ob ich ein fi tester oder sowas habe dann können wir auch mal die rcd funktionalität hier nachtesten wie gesagt theoretisch brauche ich sie nicht weil normalerweise jeder haushalt heute einen haben müsste aber wir kennen es ja altanlagen werden selten nachgerüstet obwohl eigentlich die verpflichtung dafür da ist na gut gehen wir mal ein bisschen sicherung messen also testen wir mal hier die sicherung und zwar ja wir sehen ja das ist c6 also 6 ampere soll erhalten mein teststrom hier knapp 18 ampere also etwa das dreifache und auslösecharakteristik c heißt ja dass wir ja nicht direkt magnetisch abschalten sondern er soll halten und zwar wenn wir so pi mal daumen von den üblichen kurven schätzen sollte er in unter 30 sekunden auslösen das ist jedenfalls das was er bekommt magnetisch ist für mich ja nicht relevant weil davor sitzt noch ein sicherungsautomat der sollte dann vorher auslösen was sagt die thermik naja 30 sekunden haben wir jetzt und er läuft noch und bei 32 sekunden löst er aus also gut ist das nicht aber es ist jetzt auch nicht so schlecht wie es auf den ersten blick scheint zum einen wir waren halt mit dem dreifachen nur drüber das ist relativ wenig strom und was man auch noch sagen muss diese kurven wenn da 30 sekunden rauskommt naja die kurven werden bei 30 grad spezifiziert hier im raum ist es deutlich kälter das waren so 10 15 grad von daher ist auch zu erwarten dass dieser thermische auslöser ein bisschen länger braucht also er ist nicht gut er ist ziemlich lange was er aushält aber er löst immer hinaus von daher das passt schon noch und wie sieht es beim fehlerstrom aus naja viel kann man nicht sehen hier haben hier das oszilloskop in gelb ist die netzfrequenz die 230 volt ac in blau ist die last und wir sehen jetzt hier da wo der erste cursor ist da habe ich die last eingeschaltet hat etwa 29 milliampere erreicht ist ein 30er fi oder rcd ist es ja und ja etwa nach einer halbwelle hat er abgeschaltet ich kann mir jetzt hier mal daumen auf 16 millisekunden 17 millisekunden das ist ein üblicher wert ist wahrscheinlich auch etwas schneller aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt das messequipment hier um das komplett zu spezifizieren so oder so er löst auf jeden fall aus also auch da jetzt nichts zu sehen dass es wirklich irgendwie komplett grob falsch wäre ja ich denke wir können relativ zweifelsfrei sagen dass das ding offensichtlich funktioniert wenn auch keine zulassung es gibt natürlich wie bei allen projekten dann wenn man fertig ist so ein paar sachen wo man im nachhinein weiß okay hätte man anders machen können das eine was man natürlich machen könnte wäre wie schon gesagt sicherheitsrelais reinsetzen das hätte noch mal einen zusätzlichen schutz was auch aufkam von ein paar leuten wäre ein zusätzliches optisches modul reinzumachen das heißt so zum beispiel noch ein paar leds oder sowas und damit dann anzuzeigen ob der schuko stecker für die zuleitung richtig rum drin ist oder nicht technisch macht es eher keinen unterschied aber das wäre halt noch so eine zusätzliche sache die man reinmachen könnte ebenso man könnte noch einen zähler mit einbauen das heißt also dieses zwischenstecker ding was ich eben hatte quasi noch mal hier mit rein setzen dass man da lokal zählen kann aber prinzipiell es tut erst mal was ich vor hatte ich habe meine optische anzeige ob der strom an ist oder nicht ich habe noch mal zusätzliche sicherungsautomaten zusätzlich zu den ganzen die davor schon sitzen wie gesagt an meiner werkbank üblicherweise ich glaube zwei ampere sicherung am trend trafo ja doch dann davor ist noch mal ein sicherungs und da ist natürlich auch ein rcd drin hier haben wir dann jetzt auch noch mal ein zusätzlich hinterm trend trafo macht da nix aber war gerade da und unterwegs ist wie gesagt zulässig naja aber ich habe lieber ein zu viel als zu wenig gut ansonsten ich würde mal sagen hier können auf jeden fall hier zu machen pi mal daumen 100 prozent geht es nicht zu also wenn man es mit einer plombe machen möchte ist dummerweise der sicherungsautomat etwas zu hoch aber bis sie drücken dann geht das schon ich kann jederzeit hier drüber zweipolig abschalten ich kann jederzeit mit dem fußpedal über stele zwei polig abschalten und das ist ja das was ich haben wollte einfach dass wenn was passiert ich relativ einfach ohne rum zu fummeln den strom wegnehmen kann das macht's also offensichtlich tut hier diese ganze bastelei was es soll sowas ja 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 ja